Opel Teufels, eine Person. Mutti, 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 Mutti. Kap-Emily, eine Person. Wo siehst du da eigentlich immer Y? Familia. Familia. Wo du da immer Y siehst im Namen. Familia. Kap-Familia. So, komm. Du kannst das mal heißen. Eines. Ein Nennen. Oh, ich hätte dich dicht genommen. Aber okay, Opel Harzer, eine Person. Harzer. Ja, das hätte ich auch nicht stehen. Bad Boys Creme schon hier oder gestrichen? Okay, nicht das Pech. Daniel Donner, Opels Lengerich, eine Person. Und Miguel, die zweite Person von Fox. Lächeln. So, mehr Begeisterung. Begeisterung und Lächeln, immer die Kamera lächeln. Das ist jetzt ganz einfach. Wir müssen auf eine andere Seite. Nein. Ihr seid ja alle sportlich. Boah. Können wir noch raus? Nein. Halt dich gleich wieder vorne. Also, ihr seid ja sportlich. Ein, zwei, drei. Ich muss so zählen, dass auch genug Leute wieder ankommen. Ein, zwei, zwei. Sechs. Ein, zwei, zwei. Sechs. So. Ihr kriegt jetzt eine Sache. Und ihr sechs. Holt die. Ihr kennt solche Hochzeitsspiele. Ah. Na ja, der Platz ist größer. Der Platz ist größer. Das ist nicht mein Problem. Ihr könnt da vorne mal ein bisschen frei machen, damit die vielleicht auch rausrennen. Falls ihr, die ihr hier seid, die Sachen nicht haben, die Geld, man kann sich da auch wieder ranstellen. So, wir fangen mal mit ganz gleich mit Sachen an. Wir benötigen einen linken Turnschuh der Marke Adidas. Ach, scheiße. Hallo, Mann, 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 Mann. Ja, das reicht, das reicht. Wir kommen nur die ersten drei. Eins, zwei, drei. Ich komme schon raus. Erstes war Hagen. Und dann hat die junge Dame es bei Heufelsgobel. Ja. Der erste war ich. Du hattest ja aber nicht in der Hand gehabt. Und die junge Dame kommt von? Längereich. Was du wohl in der Hand hattest, mein Freund? Jetzt möchten wir gerne, es wird schwieriger. Wollen wir erst mal gucken, dass die Farbe hier frisst. Dann zieh ich aus. Ja, genau. Wir würden gerne ... Nein, die Farbe ist hier auch so scheiße. Ja, aber wenn du so vorfällst ... ... dann gehen wir an das Bier suchen. Ein blaues Käppi. Scheiße! Scheiße! Klau die hier! Scheiße! Klau die hier! Nein! Nummer 2, das sind die rutschen Narza. Das ist aber nicht ganz blau. Sehr geil. Wollen wir blau drauf sein? Hinschmeißen? Oder eine dritte Person! Und da ihr könnt zurückkommen! Mike Mensch! Mike! Mike, du Schlafmütze! Ich hab direkt ... Hast ein blaues Käppi auf, du! Warte mal kurz! Hab eine! Und die Fliege läuft, Leute! Eins, zwei ... So, wo sind jetzt die ... Die suchen noch! Echt? Ja, kurz zurückkommen! Ach so, hätte ich sagen sollen, innerhalb von 60 Sekunden? Ja! Wie leid ihr schlaft, wenn mir fehlt. Du brauchst doch das Megafon! Ich hab ein bisschen Begeisterung! Du musst arbeiten! Nein! Doch! Mutti! Das ist aber scheiße! Ja, dann kann ich deine Laune verstehen! Da läufst du doch! Rosi! Rosi! Mutti! Katze Hause! Wir sind da! Na, endlich! Natürlich! Okay, jetzt suchen wir ... Ein T-Shirt ... Und nicht mich, Leute! Weil die Nummer ist höher meine! Ein 3XL T-Shirt von einem Mann! Was hab ich? Habe ich 4XL? Ich glaub, ich hab 5 oder so! Aber der hat 4! Was? Du hast zu! Nein! Das ist doch 3XL, kümmerleit! Hättest du uns extra Haus gesucht? Länger weg! Nein! Das ist 4, das ist 4 bis dann 3! 4XL, nicht Stimme! Das ist doch größer! Nein, 3XL! Größer hätt ich auch gehört! Ja! Ja, die waren's! Das ist grösser, die waren's! Geh weg! Das ist grösser, die waren's! Das ist 3x6! Das ist 3x6! Das ist 4x6! Das ist 4x6! Das ist 4x6! Bei mir Wohnwagen im Schrank 1! Das ist das meine... Das ist das meine... Apollowerbäde geht! Das ist Nummer 2! Das soll ein T-Shirt sein! Das ist 3x6! Das ist 3x6! Das ist 3x6! Das ist ein Polo-Shirt! Hast du 3x6? Ja! Super! Du bist Pumpel! Du bist Pumpel! Das ist 3x6! Kannst du auslassen! Wir brauchen gleich wieder... Ich schwein mal zu! Ich schwein mal zu! Ich schwein mal zu! Ja, hang noch! Jawoll! Nummer 3 ist auch da! Wenn der 3x da drinne steht! Jawoll! Ja, wieso gibt's hier das? Ich schwein mal zu! Ich schwein mal zu! So, du hast aber... Wie passt das jetzt? Ich hab' im Auto! 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 Scheiße! 1x1! 1x1! 1x2! 1x3! Wir sind fertig! Jawoll! Wuhu! Siehst aber gut aus! Sexy! Du, wir wollen einmal lang! Wirst du mal keine Proversitäten? Nein! Erst, wenn wir jetzt was anderes wüssten... Aber erst mit Leuten... Ohne Scheiß! Ohne Scheiß! Ich hatte keine Idee! Da haben sie alle von ihnen gesagt, wenn du das bringst, das kannst du nicht machen! Und dann hab' ich kurz überlegt... Nein, 2x9! Ich so, das kann ich tatsächlich nicht machen! Viel schneller! Ja, geht zu schnell! Jörg! Ist da anders! Rettst du mal hin? Ja! Na, rüberharten! Wenn ihr jetzt gleich in BH kommt... Seid ihr gut? So, warte auf! Das ist Dupig! Das ist Dupig! Ja, bis zum halben Mann nicht, bis zum Mund... ...kontrolle! Seid ihr fertig? So, dann gehen wir mal ran und los! Du musst auch mal an die Knie gehen! Ja, du musst auch unter! Dann! Ja! Also, es geht! Mach mal vor! Das war auch wieder klar, dass Schlauch immer wieder das am meisten genießen tut! Wir können auch sein Licht machen und runter! Das geht auch! Die Hüfte stoppen über die Hüfte! Guck mal, der geht doch schon höher! Wir machen das mit Kabel gemacht! Seht ihr? Seht ihr? Das geht höher! Oh! Hey! 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 Ja, weiter! Seid ihr? Bisschen heiß! Dein Fuß! Dein Fuß! Dein Fuß! Ja! 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 Feier! 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 Hoi! Wann sehen wir, es geht! Sollten sie! Bleiben Sie. Eine Minute und eins! Aya! Ach so, das rückenauern könnte. Und jetzt noch um bis zu 59 Sekunden. Hey! Ich hab du nicht? Oh. Und wo? Seid ihr bereit? Oh Mann, was ist hier so sexy? Seid ihr fertig in der Luft? Sexie, komm ey, sag ich, wann mach schon mal her? Ich kann nicht. Zieh den Kompressor ein. Oh mein Gott, ich hab's mir auf die Tür. So gut, du bist. Ein bisschen erotischer! Ja, jetzt habt ihr's drauf! Jetzt habt ihr's drauf! Aber dann war das gar nichts dagegen, Alter! Lascha, nur die Hände darf man hier nehmen, ne? Ja, aber ohne was anderes! Hounen, Hounen, Hounen! Hallo, setzen drauf! Anken, Anken, Anken! So, das war 1,90. Jetzt wird satt! wenn er unterfällt, mit der Hand in hohe Startposition, nicht in hohe Start. Hände weg vom Bein! Und das mit fünf Bällen. Die haben mal geschummelt, die haben fünf Bälle. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Alles aufgelassen. Hey, los! Ihr dürft euch mal anfeuern, ihr Säcke da hinten von K. Feuer! 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 Du hast ein Megafon, das kann auch Oleh machen. Manche, du hast nicht gemeint. Ja, trotzdem mal anfeuern. Ja, bei euch habe ich angefeuert. Ich auch. Das sieht sehr sexy aus. Ja, und das mit fünf Bällen. Jetzt sind die Titten im Weg. Geil! 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 Ihr dürft euch auch des Lutschen, wenn ihr umangekommen seid. So als ein Verwuchtson. Geil! 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 Ich würde sagen, einer, oder? Ich kann ja ein bisschen runtergehen, du guckst, dass der dann da so bleibt, wo der ist, und dann komme ich wieder hoch und dann muss der eigentlich oben bleiben. Ja, hoch, runter, hoch, runter. Ja, das sieht schon gut aus, als in der Beide machen. Ein bisschen verkrampft, in der Linie geht es nicht mehr. Jawohl, super. 54 Sekunden. Also die Topzeit von gut 20 Sekunden vom Haaren sollte zu schaffen sein. Bist du dir sicher, Sorte? Respekt. Oh, oh. Es ist anstrengend. Oh, es ist anstrengend. Anstrengend. Augenbitte, fertig, los. Aline, Aline. Was ist das anstrengend? Was ist das anstrengend? Oh. Oh. Was ist das anstrengend? Was habt ihr gekommen? Oh, es ist ja nicht so. Oh. Alter, Alter. Was ist das anstrengend? Wasser, ne? Ja. 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 Halt drauf. Hoch-Erotisch, ne? Ja, aber. Kannst du nicht schlafen, ne? Da hab ich ja ganz schwer. Da hab ich ja. Jawoll! Jawoll! Auf jeden, kommt die See-Goldschmuck. Ja, noch nicht. Wuhuuu! Wuhuuu! Wir können jetzt natürlich einen Steck machen. Der eine vor, der eine hinten auslassen. So, jetzt. Wie viele Leute sind denn immer von jedem Team da? Was ist das kleinste Team? Hier, drei Autos. Nein, wir trennen. Drei, zwei. Ihr seid drei, ihr seid zwei. Gut, pass auf. Ihr kriegt keine Unterstützung. So. Ich möchte gerne eine Person hier vorne haben. Nein, nein, wir haben ja alles. Und vier. Und vier. Hier haben wir das Schlüssel. Ihr seid fünf. So. Das kriegen wir ja hin, ne? Nein. Nein. Warte, aber es ist ganz einfach. Ihr werdet gleich. Ja. Auch bis zum Halsverband nicht. Bis zum Mund. Also seid ihr fertig? So, dann gehen wir mal ran. Und los. Du musst auch mal eine Kiel ziehen. Ja, du musst auch unter. Dann. Also es geht. Mach mal vor. Das war auch wieder klar, dass Schlauch immer wieder das am meisten genießen tut. Wir können uns wieder seitlich machen und runter. Das geht auch. Oh, die Hüfte ist doch immer die Hüfte. Guck mal, der geht doch schon höher. Wir machen das mit Gabel gemacht. Seht ihr auch? Seht ihr, das geht höher. Oh. Hey. 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 Ja, weiter. Seht ihr auch? Bisschen Hals. Dein Fuß. Dein Fuß. Dein Fuß. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. 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 Du nicht? Nein, einfach nicht. Oh! Unko! Ein bisschen erotischer! Ja, jetzt habt ihr es drauf, jetzt habt ihr es drauf! Aber dann war da gar nichts dagegen, Alter! Du hast doch nur die Hände da voll nicht nehmen, ne? Ja, aber ohne was anderes! Hanno, setzen drauf! Ankennen, ankennen, ankennen! So, das waren... 1,90! Jetzt wird es interessant! Okay, wenn ihr fertig seid... Los! Warte mal! Ich habe mir mal eine Frage, wenn ihr runterfällt, mit der Hand eben hoch in Startposition, nicht in oben starten. Nö! Und los! Hände weg vom Bein! Hände weg vom Bein! Ja! Genau! Alter! Ja! 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 Ja, ja! Ja, ja! Ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! Die haben aber geschummelt, die haben fünf Bälle! ihr dürft euch mal anfeuern, ihr Säcke da hinten von K. Feuer, 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 du hast ein Megafon, das kann auch Ole machen. Ja, trotzdem anfeuern. Ja, bei euch habe ich angefeuert. Das sieht sehr sexy aus. Ja, und das mit fünf Bällen. Jetzt sind die Titten im Weg. Ihr dürft euch auch lutschen, wenn ihr umangekommen seid, so als Begrüßung. Seid ihr fertig? Entschuldigung, und los! Ich würde sagen, einer, oder? Ich kann ja ein bisschen runtergehen. Du guckst, dass der dann da so bleibt, wo der ist. Und dann komme ich wieder hoch und dann muss ich hier oben bleiben. Hoch, 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 runter! Guck mal, das ist genau einer. Huch, hoch, 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 hoch! Was? Huch, hoch, 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 hoch! Was? Was? Huch, hoch! Wenn du rausgehst, mit ein Meter! Ja, das sieht schon gut aus, was die dann beide machen. Ein bisschen verkrampft, die Gelegenheit nicht mehr. Jawohl, super. 54 Sekunden. Also die Topzeit von 25 Sekunden von Hagen sollte zu schaffen sein. Respekt. Oh, oh. Jetzt ist es anstrengend. Anstrengend. Welchen Bauch darf man? Auf Wiedersehen, fertig, los! Ali, Ali! Stopp hin! Stopp hin! Oh. Na oben, na oben. Na oben. Wer sagt, hier kommt! Oh, ja. Hei, 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 hei. Das ist Wasser, ne? Ja. Ja. Das ist Wasser, ne? Ja. Da gibt's dir einen Spiegel. Was? Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Wir können jetzt natürlich ein Stechen machen, der eine vor, der eine hinter. So, jetzt, wie viele Leute sind denn immer von jedem Team da? Was ist das kleinste Team? Wir, drei Autos. Nein, wir sind Männer. Ihr seid drei, ihr seid zwei. Gut, pass auf. Ihr kriegt keine Unterstützung. Ich möchte gerne eine Person hier vorne haben. Und vier. Hier haben wir das Schlüssel, weil ihr seid von mir. Was kriegen wir hier hin? Nein. Aber es ist ganz einfach. Ihr werdet gleich einen Begriff kriegen. So was in der Art, wo sie müssen kriegen. Ihr dürft keine Socken machen oder so. Nein, die geht gar nicht. Und ihr müsst das eurem Team erklären. Wenn ihr das rausgekriegt habt, ist es gut. Natürlich könnt ihr euch auch die anderen kurz helfen. Wer natürlich für die europäischen Böde. Weil wenn ihr das dann schneller rauskriegt, wie die anderen es haben. Ihr habt eine Zeitbegrenzung von zwei Minuten. Das heißt, ich will jetzt einen Begriff zum Beispiel. Stange, dann macht ihr irgendwie so. Ich fände die Pantomime. Ja. So was macht ihr. Oder ihr kriegt eine Scheibe. Wie ihr eine Scheibe macht. Keine Ahnung, wie ihr eine Scheibe macht. Wer fängt denn an mit Pantomime? Ein Kloch. Das geht. Ich versuche es. Ich versuche es. Ich versuche es. Das geht. Ich versuche es. Das geht. Ja. Das geht. Ihr. Wenn ihrめid. Man muss sich die Musik machen. Sehr gut. Ich versuche es. Ich versuche es nicht. Das geht. So. Ich versuche es nehmen. Es wird über 20 Minuten. Ich versuche es auch nicht. Das geht. Weißt du, was ich meine? Okay, so, zwei Minuten Zeit. Ab jetzt. Hat sie? Den ratet schneller! Schneller, ratet doch mal! Ihr habt immer noch einen Begriff. Kasten. Haus. Fähig. Schwein. Baus. Wir haben hier noch 21 Sekunden. Was für ein Ding? Bauer. 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 So, der nächste Klopp. Bauer. 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 Wir haben hier ein bisschen getraten, oder was? Bleib halt doch! Wir brauchen noch einen Dumpen. Fertig? Ja! Ein Baum! Ein Baum! Super! Ich geh wieder! Alter! Das war krass! Ja, das war ja super! Mach uns keine Schamme! Ich weiß nichts! Ja! Ich hab sie noch schlecht an! So! 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 Die Luft ist zum Beispiel kein Luft! Bist du fertig? Ja! Ja! Der ging schlecht! 5, 2, 3! So! Jetzt! Das waren die... Ne! Warte! Bei euch! Hier! Ja! Ihr könnt ja ihn unterstützen, oder? Das können wir! Ihr seid noch ein paar mehr, oder? Guck mal! Da guckt die junge Dame weg! Die andere junge Dame auch weg! Wer möchte denn die Jungs? Ja! Das ist doch nicht so schwer meinem Begriff erraten! Ich kann es versuchen, aber ich bin nicht gut an sowas! Markus Eis! Guck mal! Es sind schon mal zwei! Nennt ihr hier gleich einen mit einer Hand und kommt eben her! Ähm... Unge! Chris steht auch schon da! Chris steht auch schon da! Ich bin auch schon da! So! Jetzt mach ich mal! Nein, bin ich! Warte, warte! Ich muss was leiden! Das ist ja in den anderen Rang! Ähm... Ich bin hier auch gerade zu dünn gemacht! So lange ich nicht der bin, der Panto und Mime machen soll! Seid ihr fertig? Auf die Plätze! Fertig! Los! Mond! Scheibe! Rahmen! Scheibe! Drei! So! Jetzt haben wir nur noch! Das hat's jetzt gemacht! Ja! Länger weg! Ihr kriegt was extra schweres! Irgendwann gar nicht drauf! Steigen! Ready? Vollieb! Das wäre geil! Dann müssen wir ihn noch nicht zeigen! Ok! So, seid ihr fertig? Auf die Plätze, los! Statue! Figur! Kühlerfigur! Pokal! Freie Statue ist falsch Weiter, weiter, weiter Ich sag mal so, ich bin ehrlich, ihr habt zu verarscht Ich habe in New York gesucht Ich wollte nur mal gucken, was wir einmal machen Das ist jetzt nicht so unfair Ihr habt ja gesagt Unbegriffe Das ist einfach Fertig? Auf die Plätze, los! Ball! Kugel! Super! 1,44 Ja, Mann! New York Das ist der Statue! Nein! So, jetzt haben wir nur noch Schmerzen 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 Wenn du das möchtest Schmerzen So, jetzt seid ihr Schmerzen Bisschen zum Fernsehen Wir haben ja gesagt Wir haben aber keine Kinder dabei Das ist gut Und das nicht nur so Begriffe haben Das ist echt gut Wir machen aber Stoffschlagen Ein bisschen anders Wir beide nach oben Gibst du mir mal in den Grund Für die Augen Ja Hier ist noch cool So, hier möchte ich jetzt gerne Von jedem Ein haben Der sucht Von jedem Ein nach vorne Der sucht Hier ist noch ein Ja, ein Ein, 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 ein E So, wenn noch Ein, zwei Zieg bitte! Hallo! Ja, nimm! Pille haben wir jetzt auch nichts Das Spiel geht jetzt ein bisschen anders, weil wir wollen ja alle sauber bleiben und fest bleiben. Nein. Nein, wir machen das so. Ähm, wenn jemand länger ist. So, wir fangen mit dir an. So, pass auf. Das Spiel ist ganz einfach. Ich glaube, wir müssen andere Spiele spielen. Nein, ich glaube mit dir. So, eben muss man die Mettler machen, ist halt ein bisschen kurz. Nein, pass auf. Halt du mal eben fest? Ne, du nicht, Enno. Und schummelt so. So, pass auf. Du suchst gleich einen Teamkollegen von dir. Und er darf nur viermal Piep sagen. Ich möchte alle anderen ruhig zu sein. Enno, du musst mitlaufen, dass er dir das Handbuch verliert dann. Aber nee, ich muss mitlaufen, wenn du Zeit nimmst. Entschuldigung. Kann man auch was anderes als Piep machen? Nein. Penis. Wir können das nicht. Also wir möchten nicht, dass jetzt die anderen klopfen dazwischen rum, weil es immer schon fies ist. Du bleibst da stehen, du kommst dich nicht entgegen. So, du nimmst Zeit. Muss man direkt viermal hintereinander gehen? Nein, du hast viermal die Möglichkeit. Nur viermal die Möglichkeit. Nur viermal die Möglichkeit. Nur viermal die Möglichkeit. So. Wir hören doch gar nichts. Doch, das hört sich an. Das macht quasi. So, alle mal bitte ruhig sein. Auf die Plätze. Fertig los. Piep. Danke schön. Piep. 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 Und guck mal, ob deine Tolle ist. Die ganze Anlage. Wieso? Falsch. So wer möchte jetzt? So, ich hab gerade getrunken, du hast noch nicht recht. So, Enno, du musst da halten. Enno, du musst halten, weil ich ihn verstecken will. Oh, willst du ihn verstecken? Versteck du ihn mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Und du willst der Pieper sein. Das ist quasi wie Harry Potter. Er ist der Pieper. Ein Bierchen. Boah. Dann ist der Fries. So, jetzt drehen wir uns weiter. Manche Leute laufen gleich, kannst du das brauchen. Aber das machen nur zwei, drei. So, und los! So, jetzt muss ich mal sehen. Das ist auch beschiss, jetzt ein mehr. So, jetzt gehst ich mal. So, jetzt machen wir uns auf die Karte. So, jetzt. So, jetzt zum nächsten Mal. So, jetzt kommen wir uns in den nächsten Mal. So, jetzt geht's? Ich brauche einen Schreinwerfer. Ich brauche einen Schreinwerfer. Ich brauche einen Schreinwerfer. Schöchsenreischen. Gut, dass du mir duschen kannst. Schöchsenreischen. Ach so, er kann nicht fliegen. Ja, da gibt immer keine andere. Was macht man sich später? Was macht man sich später? so wer möchte jetzt was ist mit seiner Brille ohne Brille sieht er ja gar nichts ist er blind wie Maulwurf alle zusammen Anna das ist doch scheiße Jetzt wäre hier der Bedrohier, das wollte ich mal die Falle auf. Ich krieg dich sofort, ja. Gut, dass die Kurschen war. Aber jetzt die Kurschen. Jetzt ja. Du musst noch einen Körperkontakt haben. Guck mal, der hat stehen immer. So, du darfst. Das ist auch ein Problem daran. Soll ich einfach geben noch, sagst du Bescheid, oder? Nee, ich bin gar nicht mehr erinnert, ja. Wie? Walking Dead. Wie? Aber der läuft immer so. Wie? Also, ich hätte ihn ja erst mal abtasten lassen, aber egal. Und das ist blind wie Maulwurf. Du warst jetzt bei Teufels? Ja. Respekt. Du bist der Beste, du bist jetzt. Okay. Du bist der Beste! Und du musst ja nur wissen, wie ich verstecke. Warte mal, wieso willst du mich verstecken? Warte mal, wieso willst du mich verstecken? Warte mal, wir drehen uns noch so. So, und jetzt darfst du anfangen. Was? Einfangen. Piep. Tschüss. Piep. Piep. Oh, das verstecken musst du mir gleich schwerer machen. Ist so. Das war ein bisschen einfach. Ja. Das war zu einfach. Wollen wir nochmal? Ja. Nein. Ja, das ist Pech. Da muss man nochmal herkommen. Einspruch! Das war doch nicht einfach. Nein, ist okay, weil ich dachte, er fällt da hinten über den Hund. Ist okay. So. Das war zu einfach. Ist egal. Die haben ja auch nicht so viele Punkte sonst gesammelt. Das ist egal. Das wird zu zweifel. Jetzt will ich auch mal was gönnen. Trotzdem steht es eine Runde mit 18 Sekunden. So, wer möchte jetzt? Das war genauso wie die anderen. Die haben dich schon mal alle im Stich gelassen, das weißt du. Nein. Ach, kennt ihr die Story von ihr? Wo wir uns damals richtig kennengelernt. Zwei Minuten Erzählung. Der ganze Club. Wo willst du doch noch länger gehen? Oder sowas. Ist ja auch egal. Die melden sich an zu den Club spielen. So wie wir hier. Das ist echt Arsch, ey. Die Club Spiele fing an. Die Spiele fing an. Und Aileen stand da alleine. Ich so, wo sind denn deine ganze Club Leute? Die sind zum Ström gefahren. Oh nein. Doch. Ohne Scheiß. Diese Dame. Schreibt euch. Hat Komplex. Alle Club Spiele alleine. Sie hat noch mal eine Hilfe gekriegt von dem oder dem. Aber alleine hat sie ihre Frau gestanden. Und das hatten wir so geil. Deswegen haben wir sie ab dem Zeitpunkt noch besprechen genannt. Weil der ganze Club noch fest ist. Ich hab von euch keinen Club EI gewonnen. Aber ich hab trotzdem nachträglich von meinem Verein eingeworkommen. Neeee. Neeee. Jeeee. Jeeee. Juuu. Das ist die Ballentur, oder? Oh, Mann! Oh, Mann! Einmal klar rüber, insgilt die Städter, ja! Warte, geht's wieder alle weg, du weißt, du? Warte! Redest du? Ich kriselig dich! Achso, wer macht das überhaupt von euch? Handzeichen? Nein, Kenny muss ja immer versteckt werden. Hast es oft nicht leicht, wenn der Stoff nicht reicht. Du riechst mich auf, ich stink auch ein bisschen, deswegen kriegen wir das. Ja, und jetzt noch mal ein Arzt. Okay, fertig? Dann los. Das ist gemein. Sieh mal bitte dran. Wunderbar! So, letzter an Bonde, wer spielt denn mit dir? Ich weiß nicht, wer von denen mit dir spielt, ich will ja gar nicht wissen. Mach zufällig. Guck nicht. Wie viele Sekunden hat er überhaupt noch ein Ding? 35. Wehe, du trittst nicht. Das weiß niemand. Lass meine Nase frei. Hier, schon. Das ist der Rennmacher. Ja, das weiß ich. Das ist der Rennmacher. Da ist der Rennmacher. Die hören nicht auf mit dem Weg klar. Die macht weiter. Wapp, 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 wapp. Wo sind die Füchse? Ich hab nicht gehört. Lene, du hast es oft nicht leicht. Wenn du keinen Pieck hören solltest, kann es sein, dass sie nicht da sind. Aber wir versuchen es. Oh, ich hoffe, ich rechse hier keine Haare los. Komm her, wir drehen uns. Eins, warte, wir drehen uns wieder andersrum. Zwei, ist egal, wo du dich drehst, die sind schon weg. So, anfangen. Pieck! 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 Oh, klare Ansage. Wunderbar. Was für die Zeit? 22. So, wunderbar. Die Aufwertung machen wir nachher. Wir wünschen einfach, dass ihr Spaß habt. Danke schön, danke schön, danke schön. 22. Ich habe den Videobeweis. Dafür hast du die Einzige. Das ist ein Punkt. Also laut Video-Schiedsrichter war das nix. Ehrlich, da der Name gab. Ach, hör auf. Ja, ich habe es auf Video. Ja, sagt sie auch. Zu spät. Ja. Dafür warst du der Einzige. Richtig. Oh, meine ich eigentlich ganz viel Zeit, oder? Ohne Scheiß! Ja, ich hab das.